Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Mount & Blade 2 bei der Lord mit dem Franz Josef hier im aufgelösten Zustand. Wir sind sehr aufgelöst, weil unsere Armee hat sich hier genau an diesem Moment aufgelöst, weil der König nicht bereit war hier Einfluss zu investieren, wie es aussieht. Aber, das macht nichts. Warum? Weil der Franz Josef die Gelegenheit nutzt und hier und heute eine eigene Armee ausruft und zwar mit den ganzen Flachpfeifen, die gerade hier dabei sind in der Nähe. Zack, so. Das passt nämlich. So, denn schau mal, die sind alle hier versammelt. Also ideal eigentlich. Und das erste, was wir tun, gleich mal diese 300 armseligen Idioten, der Kuzahid ja, in den Hintern zu treten und dem König helfen. Jawohl. Müssen wir ihm wieder den Arsch retten, ne? Der Mann, der ja unfähig war, eine Armee anzuführen. Oh Mann. Aber er ist ja unser König, also. Keine Blasphemie. Äh, ja, Hauptmänner, macht ihr das. Genau. Ich weiß, das hätte ich jetzt selber machen können, aber ich habe gerade richtig Bock hier mit der Lanze vorauszupreschen. Hurra. Und den Kollegen da für ihren Frevel auf die Mütze zu geben. So, das Einmann-Ableckungskommando Franz Josef bringt hier alles durcheinander. Sehr gut. Jawohl. Und den Fahnenträger gleich mal weggeschnetzelt. Ja, ha, 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 ha. Jawohl. So. Auf geht's, ihr Männer und Frauen. Es sind ja auch Frauen dabei, gell? Darf man nicht vergessen. Ich finde, das Ganze ist sehr emanzipiert hier. Wieso, das heißt, die Männer sind in die Schlacht gezogen. Ja, Quatsch hier. Die Frauen sind auch mit dabei. Ne? Frauenquote gab es auch schon im Mittelalter, offenbar. So, jetzt auch. Axt raus. Und? Zack, jawohl. Oh, schön, schön. Ei, ei, ei. Der weiß nicht. Ui, ei, ei. Ah, komm, steig mal ab, Franz Josef. Komm. Komm, die Penner hier noch wegbügeln. Zack. Aha, jawohl. Ja. Voll renn hier. Lasst mich durch. Ey, geht mal weg mit den ganzen Pferden. Zeh fix. Dann mach ich halt hier das Pferd kaputt. Was soll's. weg da ja wohl mit dem wimpel auf ich sehe nichts der scheiß mit träger haut mich das war das letzte was er tat wenn die dämpchen jetzt ständig im weg stehen würden da kommt mir jetzt gar nicht schön durchschnitzeln hier weil die ganze blöden pferde weg standen total ärgerlich nächstes mal dass ich die deppen dahinten stehen und reite alleine gegen die was wie viel waren es 300 oder so so jetzt mein pferd wieder finden ferdinand geh her bist du ferdinand nee du bist auch nicht ferdinand ich sollte mir mein pferd besser anschauen bist du ferdinand du könntest ferdinand sein nein nein oh man das kommt davon wenn man nicht schaut wo man seinen seinen eimer abstellt hier unglaublich so ein bist bei king den kampf deliverance da konntest du dein pferd wenigstens herpfeifen aber das fehlt hier noch was man sagen kann so aus jenna komm her oder ferdinand in dem fall na gut dann halt nicht dann halt nicht nach kini das schaust gell ja ja wunderbar da die armseligen gefangenen hier mitnehmen da pferdchen kommt mit essen kommt mit der rest ja klump bald spenden genau spenden auf geht's wir reiten nach loch nein wir reiten nach thial die ehemalige stadt von sturgia hier im osten ja wer kommt denn da können natürlich auch die burschen da weglüppeln das geht natürlich auch ja komm sie sind in der burg das ist hervorragend weil da erwischen muss in der burg ich kann hier noch mal aufwerten oder ja sehr gut das sind 600 verteidiger drin das sind viele viele fürsten drin also der adel neun gefangene das jetzt nicht gerade viel aber da könnten wir es jetzt richtig schön erwischen ohne das wird falsch angezeigt okay ich wollte gerade sagen das können doch nicht 1400 verteidiger sein nee nee das das wird jetzt gerade falsch angezeigt mein fehler wir belagern natürlich genau wollte gerade sagen da wurden die zahlen jetzt etwas verdreht es sind 600 verteidiger das ist beispiel der heckart ist damit gerechnet worden aber nein also alles gut das ist das moment hat mich jetzt echt gerissen so da wird auf jeden fall belagert belagert und drauf gedübelt und gedübelt aber wenn wir die erwischen das wäre natürlich schnuffig das wäre richtig schmuckig aha da kommen einige hier zum verteidigen was ist jetzt los lena die dritte ist zwei jahre als mein gott ist auch schon wieder so alt menschenkenntnis hat sie auf jeden fall und und elan hat sie natürlich ja schau mal hier ganz die mama so mit dem geschütz was ist da los ist die schon kaputt oder was okay belagungstürme sind gebaut ja komm nur weiter bauen solange die da drin sind kann der rest schon nichts böses anstellen das ist jetzt wieder freilassung für elata 5000 nö 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 so da packen wir aus und da gibt es oh schau mal hier 470 sind es noch zum angriff wo sind denn die leute hin das waren doch über 600 das wundert mich jetzt gerade das waren doch über 600 ah jetzt ist wieder dunkel gell scheiße ich habe nicht aufgepasst ja natürlich jetzt ist ich bin so blöd ich bin so blöd es tut mir leid ich hätte warten sollen bis bis tages anbruch jetzt ist wieder dunkel ja das war clever na gut im dunkeln ist gut munkeln das sieht man nicht so wenn ich vorbeischieße im dunkeln genau super ausrede franziose freie so ferdinand bleib stehen auf dich schießt ja eh keiner gell die sind nicht so grausam die kurze die tun nicht einfach ein unschuldiges pferd beballern glaube ich mal zumindest ah da drüben sind ein paar sagt weiter war zu kurz oder kann es sein das ist halt nix gell jawoll schön finde ich immer wieder spannend bei solchen witterungsverhältnissen dass du überhaupt irgendwas trifft und die pfeile sollten eigentlich irgendwo hingehen ich habe ja auch schon ein paar mal gesagt ich muss unbedingt mal wieder bogen schießen gehen ich war vor ein paar jahren mal bogen schießen 2019 im dezember war mit ein paar arbeitskollegen es hat richtig spaß gemacht und ich war so aber ich war sogar nicht mal so schlecht muss ich sagen naja fairer weise muss ich dazu sagen auf zehn meter also zehn meter ja also ja okay ich sag nix das war jetzt nicht so heroisch zehn meter gell das ist dann halt doch überschaubar die ganzen penner da oben zack zielt so niedrig jawohl der ist kaputt so was ist los jetzt freunde was dauert da so lang ja ihr schiebt bergauf ich weiß aber trotzdem da kann man sich mal ein bisschen anstrengen sind irgendwo pfeile nein natürlich nicht das geht da kaputt die haben den rambock zerstört sei herr lumpen melendige flitz piepen hier das war's wir stellen mal die leitern hier auf das wird sie bestimmt ärgern ich liebe es wenn sich der feind ärgert sehr gut aha da ist der ambrustschütze oder was habe ich das richtig gesehen hallo oh Gott oh Gott Franz Josef bitte haha bitte recht freundlich jawohl ist da auch einer nein ich hätte dann den Pfeil gern wieder zurück danke okay meins gehört mir wer ist da drin Moment sehe ich da was ne so hat ha ha ah jetzt geh her jawohl voll auf die ui voll auf die münz der wollte tatsächlich auf mich schießen ich hab's gesehen vorwärts jawohl da drüber geht's ab so ist recht blöd dass das tor der rambock kaputt ist das ist echt ärgerlich ja gut dann geht's heute hier hoch so fürs vögelchen lass mich hier mal mit hoch bd so axt raus jetzt ist mein gott sind auch viele bogenschützen hier verrückt aber hab's doch gewusst da die deppen hier mal weg machen zack herr auf weg zu laufen du machst es bloß schlimmer sag ich doch so dann holen wir uns hier Pfeile meins hör mal auf das ständig rumzuzappeln das ist erschrecklich wer kommt da denn sehr gut ja der hat zauber geblockt das gibt's ja gar nicht oder blöde idee was du da gemacht hast ganz herrlich das war nicht sehr gut da die blöden bogenschützen oh alter oh gut gezimmert hier doch hei 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 die halten ganz schön was aus die Bursche ah schön auf die Füße geklöppelt hier boah alter da hätt schon mal was da noch kommt da drüben okay ich glaube ich muss hier mal die Taktik ändern hier jawoll ja die machen schon richtig Auer die Burschen hier ist das Hilfe um Gottes Willen Hilfe jawoll da einmal schön durch hobeln so ist es gut so gefällt mir das sehr ordentlich Männer ja ich würde sagen das war es die haben sich alle zurückgezogen die Feiglinge eine ist gestorben ein Bogenschützer ja gut das passiert schon mal das kann passieren 28 arme Seelen naja komm wenn es sein muss also mal schauen wir die sind alle kaputt alle sind sie kaputt wer geht da mit da der geht mit und der geht mit und der geht mit und der geht mit und die von mir aus auch naja die gehören alle nicht mir die können ruhig alle mitgehen halt ne der nicht der geht noch mit der Seeräuber ja klar auf jeden Fall so ein Seeräuber der muss schon mit zum Belagern und zum Erobern so zack auf geht's so mein Gesundheit ist halt entsprechend jetzt schon mal ziemlich angeschlagen genau muss mich raten da oben sind bestimmt auch ein paar Lumpen ja da schau mal treff ich gar nicht scheiße nicht gut aber jetzt ich treff den nicht oder jetzt aber zack kaputt jawoll ah so da noch ein paar ne ah verdammt sehr gut naja der Rest machen meine Kollegen hier ich ruhe mich mal aus ah kann ich wieder nicht gell ja beim Belagern kann ich mich nicht ausruhen na schön dann rennen wir halt auch nach oben was so ist ah wir haben schon gewonnen oder was gut wunderbar sehr gut die Burg gehört uns und jede Menge Gefangene gehören auch uns und fast 1400 haben wir abbeutet jawoll willkommen willkommen ich krieg nur einen Gefangenen Frechheit na schön so den nehmen wir mit den nehmen wir mit den nehmen wir mit die nicht so du kommst da oben hin das passt alles ja steck ein komm passt äh plündern natürlich schön plündern da sind wir in der Burg sehr gut ja dann können wir da erstmal glaube ich ein bisschen Pause machen erstmal warten bis sich die Truppen wieder erholen und dann vielleicht schaffen wir die Burg Thial noch mal schauen wie sehr haben wir denn jetzt die Kusaid oh schau mal hier uiuiui 18 Gefangene ja das das tut natürlich weh das tut natürlich weh was mit Sturgia Friedensabkommen mit Sturgia bei einer täglichen Tributzahlung von 320 was wir müssen Tribut zahlen die Idioten die sind kaputt und wir sollen Tribut zahlen ne garantiert nicht also wirklich so mal schauen es sind nur zwei Armeen am Start ist das richtig? tatsächlich es sind nur zwei Armeen einmal der Urundulf und einmal wir 14 Trupps in Summe das kommt mir echt wenig vor und dabei haben wir hier jede Menge Clans also naja wir haben neun Mitglieder fünf Lehen ja das ist doch der Berikan der Idiot oder? ja da der hat zehn Lehne ist ein Witz eine Lachnummer fünf Mitglieder zehn Lehen also das geht ja gar nicht voll die Schiebung hier naja so dann die Burg Urix Kala bekommt Trommelwirbel Berikan natürlich ey das ist doch nicht euer Ernst oder? ach ist schon wieder jedes Mal die Pfeife der hat nix getan ey Junge 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 da ist glaube ich jetzt dann das kann nicht sein so jetzt sollte man dann ich wollte grad sagen jetzt sollte man wieder frisch sein eigentlich gell ok dann verlassen wir die Stadt äh Stadt sage ich schon die Burg meine ich natürlich wie viele sind hier drin in der Verteidigung 47 aber gut gehört ja nicht uns also kann uns wurscht sein ok hier die Burg ach die Burg die Stadt hier halt grad mal 150 da waren ja die Rebellen das heißt die SAE die sind am Ende so ziemlich da kann keine große Garnison sein deswegen gleich mal einstecken die Kutzaid haben zurückgeobert jetzt sind wir da wir belagern natürlich ist ja logisch ne bei der Verteidigung da müssen wir uns nicht unterhalten das ist eine Lachplatte die Stadt ist wertlos die Stadt ist sowas von wertlos und dann greifen wir auch direkt an da fange ich jetzt nicht an irgendwelche Belagerungsmaschinerie zu bauen und sonstiges da wird gleich mal hingerannt und zack gib ihm so auf geht's auf geht's Bänder und Frauen genau da waren sie wieder diese armen Würstle da mei 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 da drüben kommen es die Burschen so jetzt hoffe ich bloß dass da oben ich wollte gerade sagen dass da oben keiner kommt aber die können wir natürlich voll ins Kreuz schießen das ist echt schlecht naja die ganzen Penner da mal weg bügeln jawoll das ist halt der Nachteil am Armbrustschütze ne der muss jedes mal zum spannender Armbrust sich so bücken und das ist dann immer das irgendwie einzukalkuliert das ist beim Bogenschützen einfacher der muss ich nicht erst bücken sondern der legt halt einen neuen Pfeil ein der macht das richtig sehr gut so hüpf auf geht's zum Angriff die Schützen hier ausgedünnt auf der Seite warum sind noch welche ach der schon mal wie der da oi 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 ganz böse wie der hier aussieht voll aufgespießt so obacht lass mich da bitte mit dankeschön will da schließlich auch mit Glocken da ist nicht mehr viel übrig verdammt da ist nicht mehr viel übrig nein buh ich hab mir wieder viel zu wenig übrig lassen Mensch da unten ist noch einer da drüben ist noch einer so ein Fußgänger ei vorbeigemeiert na so ein Depp jawoll schön zwischen die Augen ich hab keine Pfeil mehr hier hm meins wo sind sie denn noch ich wollte gerade sagen da ist doch keiner mehr ja sehr gut einer verletzt echt na gut immerhin keiner gestorben das ist wichtig wenn keiner umfällt ist alles gut paar Gefangene jawoll steck ein da die komischen Plünderer stecken wir auch rein zack jawoll alles meins zack Plündern äh ja Plündern Plündern haha so zur Festung kann ich sie uns spenden äh ja also da kommen wir erstmal die ganzen Luschen kommen wir da weg 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 so ihr bleibt alle hier so dann einen muss ich noch spenden ne ja so passt zack dann geht's ins Verlies ah ins Verlies sag ich schon Schmarrn äh Gefangene verkaufen jawoll so machen wir das halt du bleibst natürlich naja dann langweilt er sich da nicht so okay da gibt's nochmal viereinhalbtausend dankeschön dann schauen wir mal kurz zur Stadt selber gut die haben 25.000 Cash das ist natürlich armselig das ist nicht gerade viel das sagt eigentlich alles aus über den Zustand der Stadt nämlich sehr schlecht ja ist alles glump hier gell alles glump ähm klein schmelzen könnte man vielleicht noch ah ich hab wieder kein keine Holzkohle hier so aber jetzt ich muss wieder Pause machen oh man Franz Josef immer so viel Pause so dann haben wir noch einen Auftrag vielleicht äh lauter glump Aufträge mein Gott ja komm lauter Müll Aufträge ja aber wirklich das ist alles so schlecht bezahlt das denke ich mich jetzt auch gar nicht an na da drücke ich einfach drauf das ist ja witzig in den meisten Fällen ist das gut gegangen das ist eigentlich schon sehr peinlich aber okay was soll's alles gut so wir sind aufgestiegen bei Bogen schau an 150 50 ihr könnt 50% länger anvisieren ohne Prozession einzubüßen das ist gut höre auch einen Bogenschaden um Reitier um 30% naja und lieber das hier ja so und die Schildmeid ist ebenfalls alte Stadthalterin hier von Burg Neviansk auch aufgestiegen so dann hätten wir Garnisons sinkt um 5% alle Truppen halten zwei Erfahrungspunkte plus Miliz pro Stadt oh die ist Stadthalterin gell ja nehmen wir das hier gar nicht schlecht eigentlich okay dann beziehungsweise Moment Handel jetzt ist wieder einer abgehauen oder ach komm her auf wie die einfach immer abhauen dabei ist doch so lustig bei uns da gibt es gar keinen Grund abzuhauen komm den Bogen heben wir mal auf vorsichtshalber Pferd heben wir auf so der Rest fliegt raus zack weg und hier ein bisschen warten mal schauen wer die Stadt bekommt oh da ist schon Belagung da unten Moment bestimmt wieder der Berikan der Depp so da rennen wir jetzt gleich mal hin darunter ich könnte wenden dass das der Berikan bekommt natürlich oh man ey der Typ ey unglaublich der steckt Zeug ein Wahnsinn oh da ist ein tapfer 900 Mann okay die haben berittene bogenschützen 350 500 infanterie die haben wenig ja gut berittene bogenschützen ja wir lassen sich was kommt jetzt oh das nördliche imperium uiuiui mit dem kusaid könnte man jetzt frieden machen wir haben aber keine unterstützung ja die die wollen nicht okay schade na gut schade ich ich warte ich warte noch bis die ein bisschen mehr dezimiert sind okay jetzt haben sie es belagert boah alter ah verdammt die haben ach scheiße ich habe zu lang gewartet mist ja das war blöd mein fehler armee zusammen halt das war jetzt mein fehler das war dumm denn die haben jetzt natürlich gefangene gekriegt ohne ende ja so Mist ja ich hätte gleich angreifen sollen blöd saublöd ja jetzt wird natürlich die all belagert ach weißt was kriegt eh der berikan da bin ich jetzt das ist mir jetzt wurscht das ist mir doch jetzt ziemlich latte so da kommt urunolf jawohl voll rein hier sehr gut da helfen wir natürlich schicken ein paar truppen zack und da war's das jawohl sehr gut zwei gefangene mitnehmen spenden und fertig so dann lösen wir die armee auf dann kann die machen was er will erstmal auffüllen truppen und so weiter was haben wir hier ausstrahlung wenn die abstimmung über ein von euch unterstützt das angebot scheitert erhaltet ihr die kompletten einflusskosten zurück oh ja ist eine gute idee das will ich haben okay also das nördliche imperium epigrotea da drüben dann wird's an der zeit dass wir hier vielleicht mal wieder in unsere eigenen lehen schauen nach dem rechten sehen die jungs müssen sich jetzt erst noch mal verstärken vermutlich und wenn der könig clever ist macht er jetzt vielleicht irgendwann noch mal frieden wir müssten 70 bezahlen damit mit Sturgia Ruhe ist wollen die mich verarschen oder was okay naja kann man kann man mal machen oh god also das da drüben das ärgert mich total dass da der der berikan da alles einsteckt das kann ja nicht sein das ist ja eigentlich eine lachnummer der oleg aha da schau mal diese ganzen kleinen scheiße hier ballga das ist im moment turnieren ballga das nehmen wir noch mit komm das turnier nehmen wir noch mit nee machen wir nicht mehr das machen wir morgen beim nächsten mal so sieht es aus genau das machen wir beim nächsten mal wenn wir dann hier hoffentlich in der hitparade platz 1 erobern das ist doch ein super cliffhanger liebe leute ich sag vielen dank fürs dabei sein beim mountainplay 2 bannerlord wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin eine gute zeit macht es gut und servus